Hallo, hier ist Ronja und wir entschärfen heute Bomben, weil ich ein guter Bombenentschärfer bin. Habe ich mir überlegt. Und der Alex hilft mir heute. Der hat gesagt, der macht die Bedienungsanleitung. Wir haben ein Video auf seinem Kanal gemacht, falls ihr das nicht gesehen habt, ist in der Infobox verlinkt. Da haben wir das schon mal versucht, da habe ich die Bedienungsanleitung gemacht, aber das passt dem Feilenherr ja nicht, weil er meinte, er kann das besser. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Das hast du gesagt. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Das hast du sehr wohl gesagt. Aber weißt du, was du sagen musst? Falls die Leute sich fragen, warum wir gefühlt in mehreren Videos immer das selber anhaben, liegt das vielleicht daran, weil wir an einem Tag mehr in den Video haben. Tatsache, ohne Mist, ich ziehe mich richtig oft, wenn ich an einem Tag alles hintereinander aufnehme, ziehe ich mich fünfmal um oder sowas, damit die Leute... Du denkst, du stinkst. Ja, damit die Leute nicht denken, ich habe fünf Wochen lang das Gleiche an. Ja, also nicht wundern. Also ja, gut. Gut, dass du es sagst. Ich ziehe mich beim nächsten Video. Tu das, tu das. Dann, let's go. Hier steht die Bombe, die schaffen wir erst. Das ist drei Module nur. Fühlst du dich bereit? Wir haben fünf Minuten. Das ist immer das Stress, Digga. Wir haben nur fünf Minuten, dann fliegt uns das Ding um die Ohren. Oh, okay, okay, okay. Wir haben einmal eine große Zahl oben und dann vier kleine. Ich glaube, das ist die das Memory. Hast du Drähte? Ich habe keine Drähte, nein, nein. Was, 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 was? Keine Drähte? Ich habe einen großen Knopf. Was ist das einfachste, Mensch? Ja, ich weiß aber, ich habe keine Drähte. Das stresst mich. Okay, ich habe einen großen Knopf. Da steht abbrechen drauf. Der ist gelb. Der ist gelb. Ich habe einen großen Knopf. Moment, Moment, Moment. Großer Knopf, großer Knopf. Knöpfe, 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 Knöpfe. Zum Thema großer Knopf. Genau, großer Knopf. So, der ist gelb. Der steht abbrechen drauf. Der Knopf ist gelb, was soll ich tun? Hier, warte mal. Wenn der Knopf blau ist, mit abbrechen. Der ist blau, der ist gelb. Äh. Äh. Ja? Äh. Zeit, wir haben schon eine Minute verschwendet. Nichts passiert. Ja, ist nicht schlimm. Ja, was jetzt? Hier steht, wenn der Knopf beschriftet ist, halt den Knopf einfach mal gedrückt. Okay, gedrückt. Äh, weiß. Weiß leuchtet's. Weiß. Ja, was jetzt? Es leuchtet weiß. Einen gedrückten Knopf loslassen. Weißes Licht bei eins. Bei eins. Wenn du eins in einem Timer hast. Da einfach loslassen. Okay, okay, okay. Okay, hat funktioniert. Äh, wir haben Hieroglyphen. Ja, okay, die mag ich. Die magst du, okay. Okay, das macht's. Okay, okay, wir haben X mit einem Strich durch. Äh, diese sechs, was eigentlich ein griechisches Buchstaben ist. Äh, Strich, Dreieck, Ungedrechter, Dreizack. Ja. Okay. Zuerst die sechs. Zuerst die sechs. Dann das. Äh, hattest du das P? Äh, nee, ich hatte TB und ein X. TB. Dann TB. TB. Dann der umgedrehte Dreizack. Okay. Und dann das X. Okay, gut, hat funktioniert. Äh, okay, dann haben wir jetzt noch eine Aufgabe. Und zwar ist das, ähm, da ist oben, wird eine 4 angezeigte Monitor und ich hab vier Tasten drunter. Nein, 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 das will ich nicht. Wie, das willst du? Ja, ich hab noch 2 Minuten 55. Das ist ganz geil. Oh, nein, 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 nein. Alles, alles gut, alles gut. Okay, okay. Merk dir bloß, was für Zahlen. Ich merke mir, was ich für Zahlen hab. Okay, dann sag mal an, was steht oben drin? Okay, ich hab ne 4 oben. Drücke die Taste in der vierten Position. Also an der vierten Position. Okay, ich drücke ne 1. Ja, wir alle ne 1. Drücke die Taste, die mit 4 beschriftet ist. Okay, hab ich. 1, 4 hab ich jetzt gedrückt. 4, okay, ja. Jetzt ist oben ne 3 drin. 3. Drücke die Taste in der dritten Position. Okay, das ist wieder ne 1. Okay, also 1, 4, 1. 1, 4, 1. Äh, jetzt ist wieder ne 4 oben drin. 4 oben drin. Drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 2. Ich weiß nicht, welche Position das war. Nein, 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 die Position. Genau, das war die mit der Zahl 4. Welche Position war das? Weiß ich nicht. Ich hab mir die Position nicht gemerkt. Mach, mach, mach mal. Position 2. Keine Ahnung. Position 2. Ist falsch. Wir müssen nochmal machen. Äh, jetzt hab ich über einen Fehler. Jetzt musst du, obwohl ich weiß, wie das ist. Von vorne anfangen. 2. Oben wird 2 angezeigt. Okay, oben wird da 2 angezeigt. Drücke die Taste in der zweiten Position. Okay, das ist ne 2 zweite Position. Das müssen wir uns scheinbar auch merken. Mach mal schnell, mach schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit. 2 wird angezeigt. In derselben Position wie in Stufe 1. Also wieder 2. Also 2. Ja. Okay, 2, 2, 2. Das ist jetzt nur 2. Äh, 1 wird angezeigt. 1 wird angezeigt. Drücke die Taste in derselben Beschriftung wie in Stufe 2. Okay, hab ich. 2. An Position 3. Wir haben noch 30 Sekunden. Mach schnell. Ist nicht nur 3 angezeigt. Meine Musik kickt ein. 3. Drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 2. Also wieder dasselbe wie vor. Wie in Stufe 2. Okay. Habe ich. Es war ne 1. Jetzt wird ne 4 angezeigt. Drücke die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 3. Mit derselben Beschriftung wie in Stufe 3. Ich weiß es nicht. Ne 2? Ja. Ach, hast du das geschafft? Ja, ich hab's geschafft. Boah, das ist ja so ein... Nein. Dieses Memo. Das ist so schwer. Wir haben das... Dann kannst du ja schon direkt einpacken. Halleluja. Wenn du da keine 2 Minuten mehr hast, das ist ja Stress pur. 10 Sekunden hatte ich Zeit übrig. Das ist stressig. Du schaffst es. Du schaffst es. Das ist jetzt schon stressig. Ich seh... Okay. Oh Gott. Wir haben Hieroglyphen. Fangen wir mit den Hieroglyphen an. Haben wir keine Drähte? Ne, wir haben keine Drähte. Wieso hast du denn keine Drähte? Okay, dann los. Okay. Ich seh das P, was man bei Word, des Dings, umgedrehtes Dreizeck, Smiley mit Zunge und umgedrehtes Fragezeichen. Ja, okay. Zuerst das P. Okay. Dann der Dreizeck. Der Dreizeck. Fragezeichen Smiley. Fragezeichen Smiley. Sehr gut. Okay, wir haben den Knopf, der ist blau, da steht Sprengen drauf. Ich habe zwei Batterien an meiner Bombe. Hier, wenn an der Bombe mehr als eine Batterie ist und der Knopf die Beschriftung Sprengen hat, drücke den Knopf und lasse ihn gleich wieder los. Okay. Okay, sehr gut. Haben wir. Dann haben wir das mit den vier Farben, mit der Raute. Danach haben wir noch eine Aufgabe, die ist neu, die kennen wir noch gar nicht. Seriennummer, Seriennummer. Seriennummer. Äh, ja. Hast du drin? Hab ich. Okay, welche Taste blickt? Gelb blinkt. Gelb. Ich wusste gar nicht, dass du die Farbe siehst. Ich habe immer gesagt, noch die Position dazu. Ja, gelb, gelb, blinkt hier so. Drücke Taste grün. Grün, hab ich. Jetzt blinkt gelb und grün. Okay, okay, ich bin ein bisschen lost. Erst grün drücken und dann gelb drücken. Okay, erst. Ah, Gott, ich habe die Bombe hingelegt. Grün, dann gelb. Ja, was passiert? Jetzt drückt gelb, grün, blau. Äh, dann drückst du jetzt grün, gelb, rot. Grün, gelb, rot. Hab ich. Okay. Jetzt macht er gelb, grün, blau, blau. Gelb, grün, blau, blau. Das heißt grün, gelb, rot, rot. Okay. Nein, die habe ich verdrückt. Ich habe gedacht, der erkennt das nicht. Okay, wir müssen nochmal neu anfangen. Okay. Es ist gelb, grün, blau, blau, gelb. Wir müssen nicht neu anfangen, scheinbar. Gelb, grün, blau, blau. Gelb, grün, blau, blau, gelb. Okay, das heißt... Aber jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, okay. Ah, okay, 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 okay. Das heißt, du drückst jetzt rot, blau, grün, grün, rot. Rot, blau, grün, grün, rot. Genau. Okay, ham, ham, okay. Okay. Okay, ich habe ein großes Textfeld. Darunter sind sechs Knöpfe. Im Textfeld steht BUM. In den Knöpfen steht Sohn, C-N, oh Gott, Sohn, Zehn und was. In der Bombe steht... Also in dem Ding steht BUM. Ja? B-U-M-M. Warte mal. BUM. Moment. Ja, drück mal ganz unten rechts. Ganz unten rechts? Ist falsch, ist falsch. Wir haben noch eine Minute und wir haben zwei Fehler. Ähm, da steht immer noch BUM. Wir haben in den Knöpfen steht... Da steht C-N, Sohn, was, C und oh Gott. Drei Sekunden. Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Ich hab... Wie jetzt? Aber BUM steht da. BUM. Und was steht ganz unten rechts? Oh Gott. Oh Gott. Ja. Sohn, oh Gott. Hä? Ja, wie jetzt? Das Ding fliegt jetzt um die Ohren. Oh Gott. Das fliegt. Sohn, oh Gott. Zehn, was? Zehn, so ein... Nee, ich glaub's gerade gar nichts. Zehn, oh Gott, was ein! Sprech' dir in der Liste, die aus... Ja, nix da. So und, oh. Explodiert. Ja, ist zu spät. Ist schon explodiert? Ist schon explodiert. Grund der Explosion. Zeit ist abgelaufen. Äh, oh Gott. Okay, wir fangen an mit dem Knopf. Okay, okay. Also der ist groß und blau. Und der steht abbrechen. Ja, halt gedrückt. Halt gedrückt, okay. Warte mal, warte. Warte, ich hab jetzt gedrückt. Äh, weiß leuchtet's. Äh, weiß. Weiß heißt, äh, bei 1. Bei 1? Wenn da 1 drin zu sehen ist. Okay, hab ich. Sehr gut. Äh, wir haben Hieroglyphen. Ja, sehr gut. Hauch raus. Äh, O mit nem Strich nach unten. Umgedrehtes Fragezeichen. Stern ohne Füllung. Und so ein H in Schreibschrift. Ja. Zuerst das O. Ja. Dann den Stern, dann das H, dann das Fragezeichen. Stern, H, Fragezeichen. Sehr gut. Ähm, dann unser aller Liebling. Äh, wir haben Memory. Nein, 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 nein. Wir können direkt einpacken. Es steht nur 1. Wir haben noch 4 Minuten. Wir haben noch 4 Minuten. Ganz Piano. 1 steht oben drin. Schön merken. Ja, ja. Okay, drücke die Taste in der zweiten Position. Okay, das ist eine 4. Jetzt hab ich oben nochmal eine 1. Drücke die Taste, die mit 4 beschriftet ist. Okay, ich hab jetzt zwei 4en gedrückt. Jetzt wird eine 4 angezeigt. Äh, drücke die Taste, die mit 4 beschriftet ist. Okay, easy. Bis jetzt nur 4en gedrückt. Das kann ich mir gut merken. Es war wieder ganz rechts. Okay. Jetzt ist eine 3 oben. Wir sind bei der vierten Stufe, ne? Ja, ja. 3, ähm, drücke die Taste in derselben Position wie in Stufe 2. Stu in derselben Position. Okay, das ist ganz rechts. Jetzt wird eine 4 angezeigt. Hier, drücke die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 3. Selbe Beschriftung. Das war eine 4. 4. Das war eine 4. Wir haben's. Okay, wir haben Memory. Okay, äh, ich hab einen da drin. Der Schwierigste. Oh, oh, das krieg ich hin. Das krieg ich hin? Da hast du voll abgelostet. Ja, 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 ja. Okay, wo sind deine Kreise? Wo sind deine Kreise? Beide ganz links. Beide ganz links. In der, in der linkesten Spalte. Beide ganz? Ganz links. Ach, ganz links. Ganz links. Der eine ist ganz oben links in der Ecke. Okay, hab ich. Wo ist der weiße Punkt? Äh, der weiße Punkt ist in der untersten, untersten Spalte. Ganz unten. Zwei von links. Zweite von links. Also die dritte von links. Dritte von links. Und wo ist der, wo ist der rote? Der ist oben links in der Ecke. Ganz oben links in der Ecke? Ganz oben links in der Ecke. Ich dachte, da ist ein Kreis. Ja, da ist auch ein roter Dings drin. Okay, okay, dann gehst du nach ganz links und gehst einfach nach ganz oben. Dann gehst du nach ganz oben? Ja, nach ganz links und dann nach ganz oben. Okay, ha. Das war's? Ja, das war's. Boah, ein Stück. Labyrinth, das war easy. Ja, Labyrinth, mi, mi, mi. Da muss man sich nicht beschweren, wenn das jemand, das ist, meins war ja auch ein einfaches Labyrinth, ne? Das stimmt. Ja. Aber ich hab dich auch nicht gegen die Wand trennen lassen, im wahrsten Sinne. Ich hab dich auch nicht gegen die Wand trennen lassen. Nein. Komm, eins schaffen wir noch. So, eins schaffen wir noch. Drähte, zweimal Drähte, zweimal Drähte. Okay, wir fangen an. Rechts oben sind sechs Drähte. Hast du gelb? Ja, zwei. Das ist genau. Zwei gelbe Drähte. Zwei gelbe, ja. Wenn es keinen roten Draht gibt. Gibt es einen roten Draht? Gibt es einen roten Draht? Durchtrennen den vierten Draht. Den vierten. Eins, zwei, drei. Okay, ist richtig. Die anderen sind auch sechs. Ich hab einfach geraten. Ja, ich weiß, was du willst. Okay, es sind auch sechs Drähte. Wieder sechs Drähte? Okay, hast du einen gelben? Aber keine gelben, nein. Guck mal auf die Serie. Du musst die Bombe drehen. Ja, ja, ach, nee. Auf der Rückseite ist noch eine Aufgabe. Ja, aber dreh die Bombe. Ja, das ist eine vier. Eine vier. Ist gerade. Nee, ist gerade. Nee, eine vier ist gerade. Andernfalls, wenn es genau einen gelben Draht gibt, gibt es nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Ich trenne, äh, äh, äh? Wieder den vierten, hä? Ja, mach den vierten. Mach den vierten. Ja, war richtig. Gut. Glückwunsch. Ähm, okay. Und dann Hieroglyphen. Ach, sehr gut. Okay. Ich hab die Hantel. Ich hab das Psi. Ich hab die Sechs. Und ich hab das Omega. Ja, zuerst die Sechs. Mhm. Dann die Hantel. Ja. Dann das Psi und dann das Omega. Sehr gut. Dann, ich hab sogar nochmal Hieroglyphen. Ja. Äh, ich hab das X mit dem Strich durch in der Mitte. Ja. Ich hab ein R ohne den linken Strich. Ja. Ich hab das, äh, Copyright C. Ja. Äh, und ich hab so eine Art sehr schwammiges W mit einer Nase. Ja, hab ich. Zuerst das C. Dann das, äh, das W mit der Nase. Dann das X und dann das R. Okay, sehr gut. Dann hab ich noch zwei Knöpfe. Oh, sehr gut. Knöpfe gehen immer. Knöpfe gehen immer. Ich hab einen weißen Knopf, auf dem steht gedrückt halten. Ach komm, wir können es uns erlauben. Wir können einfach gedrückt halten. Weit gedrückt. Äh, äh, rot. 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 Rot heißt, wie jede andere Farbe, ist eine Eins. Bei einer Eins. Okay. Ja, ist richtig. Äh, dann hab ich noch einen gelben Knopf. Der hat Abbrechen drauf. Halte den Knopf gedrückt und ließ bei einem gedrückten Knopf loslassen. Weiter. Okay, okay. Das heißt, ich halte gedrückt. Wieder gedrückt. Okay, weiß. Weiß. Weiß heißt Eins. Eins? Ich glaub immer, es ist Eins. Ja. Okay, wir haben's. Boah, das war schnell. Das war richtig schnell. 2 Minuten 21 haben wir übrig. Krass. Und das bei, äh, das bei... In der Zeit hätten wir zwei Bomben lösen können. Wie? Das bei sechs Modulen. Wir werden Profi. Wir sind so gut im Bombenmensch her. Mega. Äh, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut bei Alex vorbei, der... Äh, mit dem hab ich auch ein Video gemacht, ähm, mit, äh, hier, wo wir Bombenmensch schaffen. Da hab ich die Bedienungsanleitung gelesen. Meiner Meinung nach höchst erfolgreich. Ich war erfolgreich, ja. Du warst nicht, aber... Bei dir sind drei explodiert. Ja, genau. Frag dich mal, warum. Ja, mit deinen Tabsehähnchen musst du da nicht so drinnen rumwurschen, ne? Ich hab die so gut erklärt. Ja, gut. Mal uns gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!